Mein Name ist Kai Pflaume, ich komme aus Frankfurt, bin 24 Jahre alt und von Beruf Wertpapierkaufmann. Wo sind Sie geboren? Geboren bin ich in Halle, Halle an der Saale. Und wann sind Sie hier rübergekommen? Vor fast genau zwei Jahren. Über Ungarn? Ja. Damals? Ja. Und dann, wie kommen Sie sich dann gleich an der Börse angestellt worden? Ja, ich meine, ich habe mir gesagt, wenn schon Kapitalismus, dann an der Quelle.